Hallo und herzlich willkommen zu einer frisch-fröhlichen Runde Tra-Tra-Tra-Terrorist-Downs. Ne, nochmal, das geht so nicht. Das fand ich jetzt nicht... Also, die Einleitung fand ich jetzt echt scheiße. Können wir nochmal neu anfangen? Nein, mach weiter. Mann, oh, ich wollte gar nicht einleiten. Du bist aber noch dabei. Du solltest die Namen vorlesen, bevor einer stirbt. Ja! Oh nein, Crabz, das geht jetzt nicht gleich. Mit Raps, mit Grants, mit Sachsen-Let's-Player, mit Vita-Wolp, mit Sinner, Sykes, mit... Oh, Disconnect. Vita, Vita könnte es sein. Wer war nochmal der Zweite, der mitmacht? Und halt, mach das Torbett einfach ab. Es sind viele Leute dabei, einer hat uns verlassen. Wer schießt denn hier? Der Schwächste fliegt übrigens. In der letzten Runde waren wir 11. Oh, oh. So, wer am wenigsten kam, einer der nächsten Runde hat, fliegt raus. Deswegen ist Xenner gesetzt in Sachsen hier. Alter! Xenner hat, ähm, den Sachsen grad getötet. War einfach zu schlecht, letzte Runde, deswegen wurde er gekickt. Ja. Ich hab grad, äh, Dings getötet, Sinner, weil er den Sachsen getötet hat. Halt, stopp, Crabz. Hallo. Halt, stopp. Er ist zwei Innos draufgegangen. Dardoch hat zwei Innos gekillt. Und den Detective. Ich hab nur Sinner getötet. Sinner hat den, äh, hat Sachsen getötet. Leute, wenn ich tot bin, ist es Dardoch. Vita, du musst hierbleiben. Er hat die beiden Innos umgebracht. Nein, hab ich nicht. McMoney, Sack, wieso bist du verwundet? Mach die NR-Dingsbuch. Ja, weil ich grade geschoss, ihn hat er da oben. Den, sagst du, hat, ich hab den einfach abgeballert, ohne ihn konfirmen zu lassen. Du hältst seinen Kopf in... Ja, ich hab, ja, ja, ich hab dadurch auch im Blick, weil er hat meine bessere Waffe. Ich hab nur eine Mac-10. Ja, das kann man denn. Und er zielt auf mich. Er zielt jetzt auf dich. Ich ziele nirgendwo hin. Ich, und wo kommt der hier? Kramp, ist das ne AWP? Also Kramp, kramp die ganze Zeit auf mich. Ich glaube, es ist McMoney, Sack. Nein, Kramp, Kramp zielt hier die ganze Zeit. Ich guck mir das nur an, was da passiert. Es könnten so viele sein, lass mich durchmachen. Ich, ich bin es. Ich glaube, es ist McMoney, Sack. Wow, 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 wow. Kramp. Okay. Wir hatten gerade geschossen, Kramp hat geschossen, oder? Dings ist tot, hier, Vita. Ich weiß, Dalu war's. Nee, er hat gesnipert. Es sind noch drei, das ist mies. Dardus ist auf jeden Fall einer. Und McMoney Sack ist einer, McMoney. McMoney Sack hat, oh Gott, ihr seid ja alle nur noch Traitor jetzt. Scheiß die Wand an. Wieso hat... Das ist jetzt blöd. Ja, hier ist auch vor allem eine Sackgasse, ist das Problem. Ja, ich muss hier auch erstmal hoch. Ja, so. Komm, wir haben einen Radar. Bringt ja auch nichts. Da ist einer hinter dir, er wird dich töten, weil er dich hasst. Oh, ich habe keine Muni mehr. Wo bist du? Wieso darf ich da nicht rein? Wieso kann man hier nicht rüber, doch hier. Alter, man kann hier auch nicht vernünftig rumspringen, ne? Ohne Scheiß. Oh, rechts. Moment, close. Ui. Nein! Was ist das lustig? Scheiße, normal. Das war nicht lustig. Ich wurde in der Einleitung abgeknallt. In zwei Namen konnte ich es nicht sagen. Siehst du, dass Krabs einer ist? Nee, wusste es nicht. Natürlich wusste ich, dass... Aber ich dachte, es ist Dalu, ey. Nein, nein, Krabs stand mit der Sniper in dem Moment. Ich hatte so Glück, dass ich den auch umgedreht hatte und ihn da gesehen habe. Ach, okay, weil du standst ja auch ganz vorne mit der Sniper und auf einmal war der Detective-Tuch. Ja, ich bin dann natürlich weggegangen, weil Krabs halt hinter mir war und Dalu vor mir stand. Und ich mache da eine Leichen rüber. Ich denke, alles klar, Dalu kann zielt auf Dalu. Alter, du lässt hier die Türen setzen. Machen wir das. Aber Krabs darf man ja auch nicht erschießen, weil sonst ja die Kacke am Dampfen. Kein Beweis hat. Der hat wohl nichts auf den Klagen, weil die Kugeln alles hätte in der Fischung kommen können. Nee, wenn man mich normal erschießen, ist alles in Ordnung. Ich wusste ja, dass du das wirst. Ich vermisse... Ja, ich habe da auch mit gerechnet. Ich brauche wirklich damit, Anne, keine Wache hier. Ich bin Detective und ich habe keine... Ich bin vom Schiff gefallen. Nein, Mann über Bord, Mann über Bord. Ich kann dir eine Juge schenken. Ey, hier kommen Piranhas, Leute, hier kommen Piranhas. Wo bist du? Der Detective kann auf C drücken, kann sich eine Waffe zum Beispiel kaufen. Der ist längst über Bord. Ja, ja, aber ich will jetzt nicht extra die Pris... Allein mit Dalu, der ist gar nicht über Bord. Hi, was geht ab, ey? Ich geh jetzt in die Lodge. Ich bin jetzt an den Radar und hab mich gefunden. Hattet mich gleich tot. Hä, aber... Ich dachte, da habe ich, dass du erst über Bord gesprungen. Ja, ich lüge halt auch mal gern. Ist ja nicht schlimm, oder? Das ist so ein Spiel... Ey, hier, hier muss noch jemand Klavier spielen. Dalu, hier muss noch jemand Klavier spielen. Dadosch singt. Warte, ich gebe den... Warte, ich gebe den... Alter, ich habe eine Flasche! Was? Alter, Sinner! Das war Sinner! Ich habe eine 40 HP. Ich habe eine 60 HP. Das war Sinner, Sinner wollte uns alle sprengen. Da ist jemand runtergesprungen. Ja? Was ist das? Dadosch, wir beide müssen jetzt zusammenhalten. Ich bin auch noch hier. Ja, du bist weggegangen, weil du die Granate gesehen hast. Ich stand hier und hab euch zugeschaut, ey. Dadosch, wir sind am Arsch. Ich wollte gerade den Beat geben. Hier sind alle. Hier sind alle. Aber ich habe den heiligen Granatesound gar nicht gehört. Alter, kannst du aufhören, auf mich zu zielen, sonst kann ich dich wieder heilen? Xenix, kannst du uns wieder heilen? Wer denn? Darstys Healing Station. Der wird geschossen! Auf mich aber! Sinner's tot, Sinner's tot, Leute, Leute. Grants? Grants hat noch auf uns gezielt. Wer? Ich hab 96. Grants hat noch auf uns gezielt. Ja, ich hab hier runter geguckt, als ich mich heilen wollte. Nein, nein, nein. Oh, the traitor. Hier sind sie alle, ey. Grants? Grants ist immer noch verdächtig, Darosch. Ja. Grants steht auf mich die ganze Zeit. Ich steh hier. Hier streibt jemand. Mega laut. Das bin ich nicht, ich bin's nicht. Der Tod. Ich hab... Leute, lass den weg, 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 weg. Guck, wer alles im Raum ist. Sag mir die Namen von den Leuten. Ich bin hier. Vita, Xenix, Grants war noch gerade hier. Anne. Ich steh hier immer noch. Anne ist es. Nein, ich bin's überhaupt nicht. Wer kam dir entgegen? Wer kam dir entgegen? Xenix. Ey, ich bin doch die ganze Zeit hier drin im Raum. What the fuck. Minus eins. War Xenix noch in dem Raum drin, ne? Ja. Als ihr gerade die Namen aufgezählt habt? Ja, ich war noch drinnen. Hey, hey, hey. Ich bin Detective. Grants oder so. Er ist Detective. Es war... Das kann ich ja, ja. Wer hat gerade... Jallerbombe gemacht. Schweine. Der zweite Traitor war's. Wir haben den nächsten Namen gesagt, der mir eingefallen hat. Ey, 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 ey. Wer war denn jetzt die Jallerbombe? Ich hab das nicht gereicht. Ich war die Jallerbombe. Der andere Traitor gelegt haben. Ja, das war ich. Du musst auch jallern, Grants. Ja, das war Grants. Du musst auch jallern. Warum? Weil den Sound nicht jeder hört. Ach so, okay. Also ich hab ihn gehört, aber ich hab ihn sehr leise gehört. Nicht jeder. Ja, ja. Ja, aber das hört sich ziemlich gut an. Ja, wer macht das denn? Lalalalalalalala. Pff. Wo ist die Diegel? Ja, Arno, das war dumm gelaufen. Du bist nämlich aus der Tür raus links gegangen. Und dann bist du halt nicht über die Wand gesprungen. Nee, ich wusste noch nicht. Das war eine Sackgasse. Das war das Problem. Ich hab halt die falsche Tür genommen. Ich dachte eher so... Ich kann ja gar nicht zoomen, die Wumme. Vitor, komm, wir spielen. Du stößt an. Ich bin bei Sachsen jetzt. Du bist halt. Hast du einen Klöhn? Erst warte. Wenn du schon so rumalberst. Ja, ich schon. Du musst dir Backup geben. Du bist Detektiv. Detektiv Backup. Alter, lass mal den Dings funktionieren. Lass mal eine Discompulator draufwerfen. Die Map ist ziemlich geil gemacht, finde ich. Ich hab gar keine Granaten bis jetzt gefunden. Hier ist Vogelscheiß auf Deck. Wer ist da? Crabs? Ich bin's nur. Ich will nicht mit euch allen Billiards spielen. Es sind zwei Spieler-Spiel. Geht weg. Oh, Crabs. Hier wird geschossen. Farmers und Diegel. Leute, ich hab hier noch ein anderes Billiardspiel. Was hast du denn Angebot? Ich möchte ein... Warte, ich kann's nicht lesen. Oh, ich... Äh... Ein... Old Goat! Ich will ein Old Goat Vita machen! Nein! Ja, ein Old Goat! Ja, ein Old Goat! Der bist du. Ich bin's immer noch. Pfff. Das ist gar nicht bestellt. Wita ist Detective. Der Drink war scheiße. Peng Peng! Genauso stell ich mir das vor bei dir. Wir machen hier einen Drink. Aber ich glaub, irgendeiner wurde schon erschossen. Xenix. Ich bin tot. Alles klar. Grenz ist tot. Wer war's? Dardosh war's. Dardosh. Dardosh ist Trader. Wie Geister haben's gesagt. Oh, Swimming Pool! Wie geil! Hier sind beide Detectives. Und Xenix rennt den beiden Detectives hinterher. Ja, weil ich da hoffentlich Sicherheit habe. Ja, natürlich. Bei dir bekomme ich keine Sicherheit. Aua, aua, aua. Ich verliere Leben im Swimming Pool. Das war mir nicht los. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich, weil ich so dumm bin. Aaaaah! Ja, den sicheren Tod maximal. Oh, ich hab überlebt. Rens sollten hinterher, wenn ich tot bin. Weil alle selber Traitor ist und deswegen den Knopf natürlich nicht drückt. Was ist denn das für... Wieso hab ich Schaden bekommen? Ich seh deine Waffe durch die Tür, du Arsch! Ups! Hallo! Hier wird geschossen. Wieder eine Farmers. Ist es normal, dass ich Schaden bekomme im Swimming Pool? Ja, wenn der Strom an ist, ja! Ich werfe jetzt eine Inzi-Dinzi in deinen Raum. Den der den Traitor anmachen kann. Lauf! Wo macht er den an? Ging hier grad ne Bombe hoch? Nee, deswegen... Aber es ist ja schon eine Bombe. Hier wurde geschossen. Da draußen hat jemand geschossen dadurch. Der Mac-10 wurde übrigens grad auf dem Detective geschossen. Und wer war's? Ich lebe noch. Ja, ich konnte nicht lesen. Ich musste schnell um die Ecke. Und dem Magnum war's. Magnum überlebt die. Aber ich würde sagen, Mag-Magnus hier. Magnum. Nein, ich war's nicht. Wir haben ja sogar... Ja doch, du hast geschossen. Du hast dich geschossen. Du hast dich geschossen. Ja, aber mit ner Mac-10. Rater mit ner Mac-10. Es ist ne Mac-10. Ja, und ich bin auf 16 runter. Hier! Was hast du denn hier, Grants? 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 Da fühlst du nicht so, als würdest du irgendwie... Hier wurde doch grad geschossen. Ja, aber du wurdest nicht getroffen. Da brauchst du nicht so... Ja, hab ich doch nicht gesagt. Ja, ja, klar. Wieder, wieder. Ja, wann hab ich ihm gesagt, dass ich getroffen wurd? Ja, warte nix. Du stotzt immer so schön gerne. Ja, und? Bis Xenix wieder tot ist, weil er auf mich immer schießt. Ich bin's nicht. Da wurd's schon wieder, siehst du? Farmers. Eskalation. Eskalation. Xenix steht hier noch? Xenix schießt hier auf jemanden wieder mal. Ich schieß'n. Auf den Detektiv... Hä, Detective, warum schießt du auf mich? Weil du auf den anderen geschossen hast. Du bist der einzige, der hier ist. Der Allover Traitor, ja. Nice. Der andere Detective ist fast tot. Vorsicht. Man liegt in der Heal Station. Dann halt dich mal, Daxon. Vorsicht, kann er... Alter! Wer, 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 wer? Wow. Was war das? Das war das arm. Diss-Abo, oder? Diss-Abo. 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 Arne, wir saufen noch so wenig. Das war doch das Diss-Abo, hast da krank. Weil ich bin im Swimmingpool unter Strom gesetzt wurde. Ach so. So. Hier. Ich hab' die einfach geschmissen. Ich hab' die C4. Ein Chapman gehabt wahrscheinlich hier. Nimm mal das C4 mit. 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 Was ist denn los? Das C4? Stardos und Crabs wollen mich gemeinsam ermorden. Was? Es gibt doch noch einen Traitor, oder? Dachse, hinter die C4 mit. Nimm mal das mal bitte mit. Ach so, das ist nur einer tot. Es sind auch zwei Traitor. Crabs will mich alleine ermorden. Boah, komm schon. Das liegt hier unten hinter dir. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Da. Hier. Das Diss-Abo liegt. Das Diff-Abo liegt. Das Diff-Abo liegt bei mir nicht. Hast du das Diff-Abo gegeben, dann kann ich dich heilen oder so? Ja. WTF? 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 Und zieh Ziele auf das Meer. Böses Meer. Kann man das dann aufnehmen? Gar nicht? Ich kann das sagen. Aus dem Jenseits. Mit E. Danx ist hier bei mir. Ja, Mac. Vorsicht unter dir. Ja, alles gut. Mac, wer ist das? Wer ist das? Nein. Stange voll. Alle, ich lauf dir hinterher. Crabs töten mich. Er war innocent. Er wird mich töten. Ich weiß es genau. Weil er jetzt aber wartet, bis er nicht mehr dran geht. Und dann wird er mir ne Kugel in den Kopf. Er stehst du auf mich? Was mach ich? Ja, ich hab gesehen, dass du auf mir die Grenze gehörst. Ich hab nicht geschossen. Lass auf mich. Wow, 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 wow. Was war hier denn? Anne lebst du noch? Ja, ok, Crabs ist es. Nein, bin ich nicht, Alter. Stopp. Magnus, äh, hier. MC war bei uns. Oh, sorry, das war ich. Was ist los, ja. Wenn Anne tot ist, dann muss es Crabs sein. Crabs sind weg. Ich bin es aber nicht. Es sind doch noch viel mehr am Leben. Nein, sinds nicht. Ach, Xenex noch. Ja. Er will nur nicht sterben. Aber ich hab den Traitor getötet. Ich hab Dalu getötet. Crabs. Einfach nur hinlegen und es geschehen lassen. Keine Prost im Himmel. Weißt du, was machst du da hinten, Crabs? Mach gar nix. Jaja. Der sucht sich dann nicht das Opfer aus. Ich hab Angst jetzt vor euch, weil ihr mich alle umbringen wollt. Ihr Fähren. Wir haben bitte die Leiche von Dalu. Ah shit, ey. Jetzt bin ich nicht. Also es könnte sein, Xenex oder Crabs. Ich hab Dalu umgebracht und hab 64 jetzt mitgenommen. Weil Anne ist ja jetzt tot. Ich hab Dalu selbst hinterher gelaufen. Ja, aber da kann ich ja nix für. Wow. Okay. Anders, Enno. Bah, Enno. Ja, okay. Das ist natürlich blöd gelaufen. Aber ich mach das nicht. Ich krieg den Punkt. Ah, schlack schon. Mike ist hier. Mike ist immer noch hier. Der verfolgt sich die ganze Zeit. Ich hab das mit dem auch. Xenex zieht nicht auf mich. Ich hab die ganze Zeit. Ich hab dich auf die Stahllösung umgebracht. Als Traitor. Ach so. Okay. Weil er auf den Detective geschossen hatte. Sachsen, lass zusammenbleiben. Ja, dann... Ich folge dir. Ja, folg du mir. Hier ist Anne. Wer ist da drüben? Wer lebt noch? Check. Mac, Mac ist noch bei mir. Wer lebt noch? Wer lebt denn noch? Der Vita Wolf. Meines, lebst du noch? Ich leb noch, ja, ja. Ja. Den hab ich in Verdacht. Ich mein, der hat nun mal der Mac erwischt. Ja, Mac ist auch die ganze Zeit bei mir. Da hab ich Angst. Ja. Nein. Dadurch, lebst du noch? Doch, du bist die ganze Zeit bei mir. Ich bin ganz lieb. Geh doch woanders hin. Jemand schießt in den Sniper. Jemand schießt in den Sniper. Ja bitte. Du lebst noch? Ich lebe. Äh, wo ist denn Sachsen hier schon wieder hin? Sachs? Du bist weg gerade. Peter. Du bist leider in mir entglitten. Nein. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Irgendwas springt da am Heck. Wer hat denn da wen getötet gerade? Ich trau es nicht. Ich komm da hinten raus. Von da. Nein, ich kann nicht. Anderer Detektiv halt mal Mac fest. Weil ich meine da oben, hier würde jetzt entweder Blut oder eine Leiche liegen. Da liegt eine Leiche. Das war definitiv eine Shotgun. Hier. Nicht identifiziert mit Shotgun getötet. Ja, das war eine Shotgun. Ich hab noch eine Diegel. Ich hab ja gerade irgendwie eine Schnipper gehört. Was? Eine Schlüpper? Der Schnüpper. Der Schnüpper ist da noch. Krebs ist da noch. Krebs ist da noch. In der Mitte. Dann schieß den her. Ich will das auch können. Ich hab doch gerade hier irgendeinem mit der Schnüpper gehört. Mit der Kleinen. Was ist denn, Alter? Was denn? Nix. Was? Die liegt da, du rum. Krebs ist hier bei mir. Wer ist? Hello. Was? Die Zeit ist abgelaufen. Die Zeit. Die Zeit. Ja, aber ich hab gerade noch zwei Leute abgeknallt vorher. Ja, aber das ist doch erst in fünf Sekunden, oder? Nee, ich dachte, die Zeit, wenn ich jemanden töte, die Zeit... Hast du die unten links im Blick nicht gehabt? Nee, wir sind nicht. Du kriegst plus 30 Sekunden. Der Schnüpper. Der Schnüpper, ey. 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 Du kennst noch nicht, wo du liegst. Ja, jetzt behaupte, der Schnüpper den kennengelernt. Obwohl er gerade die... Der hat ihn an den Kopf gesetzt. Ja, aber er war doch Indo. Du hast doch einen Indo gekillt. Ich hab noch nicht mal an dich geschossen. Du hast mich gleich am Anfang abgeschossen einfach. Irgendwer ist kathletisch direkt am Anfang. So geht's ja nicht, Jungs. Hat er einen Schnüpper? Einschätzung, ein Schätzung. Guck mal bitte auf Mac. Ich glaube, der ISS. Was? Ich hab schon wieder Krebs und du leust da weiter rum und guckst du mal. Wenn es Sinner ist, dann ist es... Deswegen, ich dachte schon die ganze Zeit Sinner ist es. Craps dann ist es. Craps dann ist es. Craps war es doch gerade eben schon. Ich bin wieder Detail. Ja, es ist Craps. Vita hat hier ein Inno erschossen. Ja, und danach hat Sinner erschossen. Aber der hat doch viele Dings erschossen. Ich bin hinter Dardosch und der hat keine Angst. Meck hat doch gerade Sinner erschossen. Craps war schon wieder Traitor? Ach, Entschuldigung, aber Craps stand dann auch noch irgendwo rum. Vita, hast du Craps erschossen oder was? Ich habe Craps gerade erschossen, ja. Warst du wieder ein Random-Killer, Vita? So kennt man dich ja. Alter, wirklich, ist unverschämt. Vita ist ja so ein Random-Killer, da muss man ja auch mal dran denken. Dardosch noch, okay, Dardosch, wir bleiben zusammen. Dardosch, bleibt mal hier. Ich habe die Leiche vom Traitor. Das seid ihr, ne? Ja. Ich verstecke sie hier, nur ich und ihr wisst, wo die ist. Und ich lege noch einen Fake drauf. Fake. Du legst noch eine Fake-Leiche von dir selbst drauf, oder was? Ich lege noch einen drauf. Ja, ja. Jetzt habe ich alle Toten. Jetzt habe ich mich auch an der Lauf. Fällt es auch gar nicht mehr auf, wenn da zigtausend Toten sind. Könnte es bloß sein. Vita Wolf ist wohnert. Warte mal kurz, ich will das hier anschließen. Komm mal her. Okay, passiert nichts. Da ist so eine Gasflasche. Wer lebt denn noch? Wer hat Dardosch? Noch. Anne, Gren, Zayn, Zack, Snapslay. Da ist einer. Ich habe gerade den Krabs auch erschossen. Warum eigentlich? Weil er auf mich geschossen hat. Okay, das ist ein Argument. Ich vertraue Vita Wolf. Ja, das klingt gut. Ich wollte nur ein bisschen hören, ob es einfach Käpt'n Willkür war. Hier ist jetzt ziemlich viel Blut. Ja, es ist gerade am Anfang. Das muss ich wahrscheinlich gleich mal erklären, weil es echt scheiße eskaliert ist. Wo sind eigentlich alle Leichen hin? Geht dich gar nicht an. Die hat Dardosch gegessen. Gibt dich gar nicht an. Dardosch, er ist hinter dir und hat eine... Vorsicht. Was ist da los? Dardosch. Okay. Geht's hier wieder zum Start? Wer ist denn jetzt... Ich dachte jetzt echt und du hast unter die Leichen eine Bombe gelegt. Das wäre jetzt so awesome gewesen. Anne ist Traitor, Leute. Was? Ja. Warum ich? Weil es unten links steht bei dir. Diesen Grund erkenn ich an. Ja, ich bin dafür. Besser. Anne beim Traitor-Menü. Ja, auch das. An dem Traitor-Menü, ja. Das Schiff fährt ja sogar. Wie krass ist das denn? Du hast es rumgehockt. Ja, es fährt. Wer fährt es? Der Käpt'n. Eine Leiche ist weg. Detekt es. Ich sagte doch eben, wo sind die Leichen. Und du sagst, die sind gerade da. Ich seh nur zwei. Krabs, Magnus. So, oh, die sind so via Siamese. Das ist eine Bombe. Grants ist gerade hergekommen, wo die Bombe explodiert. Ist das ein Zufall, Krabs? Äh, Grants? Krabs sag ich jetzt schon zu dir. Siehst du, eine Bombe gelegt, ich nenne die Krabs. Ja, eine Bombe legen und Krabs ist schon tot. Das ist sehr Grants-fertig. Dann hab ich ihm die letzte Bombe gelegt. Er ist auch jetzt erst hergekommen. Er war die ganze Zeit weg. Aber sonst macht er das so. Hä, ich bin eben schon an Vita-Wolf und Xenix herbeigegangen. Anne ist übrigens Traitor, ne? Die hat auf mich geschossen mit Iraskar und verfehlt. Ich hab überhaupt nicht auf dich geschossen. Und auf was hast du dann geschossen? Rant, das läuft hinter mir, ja. Wenn ich gleich tot bin, Leute. Wenn ich tot bin, bleib ich schon auf anderem lang gehen. Anne, ja, geh mal zum Detective. Geh mal, Detective, wir sind gerade in dem Musikraum. Oh, hier wird auf mich geschossen. Wer denn? Mit Strohfrinther. Schön weiterlaufen, Anne. Ja, gib ihm die Waffen. Was ist denn mit mir? Gib ihm die Waffe und Xenix, du sagst, gucken, wie viel Schuss in der Scouts sind. Irgendjemand hat mich mit Strohfrinther geschossen. Aber Anne ist der andere. Ja, Anne hat auf jeden Fall mit der Scout geschossen. Ich hab jemanden mit der Mc10 getötet. Ja, Grants, es ist... Anne hat dich mit der Scout geschossen. Habt ihr gehört? Ihr dürft Grants töten. Ihr sollt Grants töten. Du bist doch überhaupt... Ach doch, du bist Detective. Grants KOS? Ne, nicht KOS. Grants töten, weil Detective... Aua, nicht! Doch. Ja, du hast es zugeben, Anne. Ist korrekt, ja. Anne ist die Zweite. Ja, Anne. Nein, Dadusch ist es. Darluth! Ich bring... Darluth hat auf mich geschossen. Klar, klar ist es Dadusch. Dadusch, du bist es. Es gibt es doch zu. Ja, ich bin Detective Traitor. Ja, eben. Ich kauf jetzt ein Radar. Ich kauf jetzt ein Radar. Ich hab Craps wiederbelebt, übrigens. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Anne, hinter dir! Scheiße. Ja, scheiße. Ich hab's zu spät gesehen. Ich hab's zu spät gesehen, ey. Ja, ich hab's zu spät gesehen. Ich wollte gerade ein Radar kaufen. Habt ihr gesehen? Ja, bitte. Du hattest einen richtig Hardcore-Logik-Fehler. Wenn Grants eine Bombe gelegt hat, wieso sollte er genau in die Menge rein rennen? Nein, er ist doch zu uns gekommen. Die Bombe ist an einem anderen Ende des Schiffs doch explodiert. Ja, weil du meintest, Grants hat eine Bombe gelegt. Und ist dann wiedergekommen. Dann ist er zu uns gekommen, hab ich gesagt. Vor allem, ich war da schon ganz oft an euch vorbeigerannt. Da hab ich mich nur nie gesehen, glaube ich. Ja, das war mir im Endeffekt auch scheißegal. Also, ich hab ja einfach nur irgendjemanden gesucht. Ey!